So, Spiegel! Ein Spiegelrätsel. Wir dürfen jetzt einen Laserstrahl mit Spiegeln auf dieses komische kristalline Ding lenken. Da fällt mir zum Thema Spiegel zwar ein lustiges Thema zum Reden ein, aber ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt jemand interessiert, was ich hier sage. So wird das nicht. Da sind auch noch Spiegel. Oh. Na, wer sagt es denn? Gelöst. Und das Thermometer zeigt uns an, dass die Tür jetzt offen ist. Tauchen können wir übrigens als Roboter nicht. Da. Hey, er damit. Geht irgendwie nicht. Aber hier ist eine weitere offene Tür. Da. Eine Kamera. Wir sind ja scheinbar doch nicht alleine hier. Hey. Hau nicht ab. Wir werden beobachtet, habe ich den Eindruck. Dachte, jetzt könnte ich anheben. Kaputt. Das Wasser erhöht seinen Wasserspiegel, wenn wir etwas hineinfallen lassen wie uns. Probieren wir das doch mal. Klappt. Jetzt brauchen wir nur noch genügend Schrott, den wir da reinschmeißen können. Noch einen Stein. Und mal schauen, was wir sonst noch so finden. Da geht es weiter. Weck damit. Weck damit. Reicht das schon? Nein. Na, komm mit. Wie, da dreht immer noch nicht. Dann nehmen wir doch mal diese Riesentablette mit. Na, rein mit dir. So. Tür ist offen. Da geht es nicht weiter. Okay. Hier oben ist unser Zielkristall. Und wir müssen den Laser so ablenken, dass er dort hingeht. Eigentlich relativ einfach, wenn wir diesen Klotz hier entfernen. Und den hier richtig ausrichten. So geht's. Und wir sind wieder hier, wo unser ursprünglicher Laser war. Und. Wer denn das verstellt? Auf jeden Fall haben wir hier jetzt ein Laser. Und hier im Wasser ist ein Kristall. Und hier oben ist unser zweiter Kristall. Und den Laser von der anderen Seite müssen wir nur durch ein klein wenig Hochstapelei Und hier oben ist unser Zielkristall. Na, noch ein bisschen hier rüber. Na, komm schon. Den da drauf. Nein. Dann haben wir nämlich zwei Laser. Die, wie man hier sehen kann, wenn ich den Spiegel so halte, nach oben und unten zeigen. Dementsprechend brauchen wir einfach nur unseren Schwimmenden hier abzusetzen. Und schon haben wir die zweite Kugel. Da muss die hin. Na, so. Der nächste Greifarm ist bereit. Die Tür ist zu. Hier kommen wir her. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Öffnen wir uns einmal den Gang. Und Ladezeit. So, da sind wir ja schon wieder. Damit können wir uns leider, der Rückweg ist uns verbaut. Hier ist ein Rohr. Okay. Was ist das? Auf jeden Fall fällt hier etwas heraus. Oh, ich glaube, das ist eine Bombe. Lecker. Wir haben irgend so ein schleimiges Ding in die Luft gesprengt. Okay. Keine Steine, die wir bewegen können. Was haben wir denn hier? Ein klein Lava-Brocken. So. Und das sieht aus wie eine aufgeschnittene Bombe. Oder auch ein Wasser-Eimer. Was haben wir damit jetzt gemacht? Was ist das hier? Autsch. Der geht nicht auf. Was passiert jetzt? Okay, wir können entweder den einen oder den anderen zuschalten. Hier oben kommen wir nicht weiter. Ah, damit öffnen. Öffnen wir damit? Wir öffnen damit das Rohr, oder? Damit öffnen wir das eine und so das andere. Ich nehme stark an, dass wir irgendetwas dadurch manövrieren müssen. Wozu das jetzt da war, weiß ich jetzt nicht. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Oh, wie praktisch. Zum Glück läuft das Wasser nicht aus. Hä, hatten wir da noch nicht gerade. Also nochmal. Felsbrocken rein. Wasser rein. So. Was uns das Ganze jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Oh, das Wasser ist tiefer. Tür auf. Huch. Was ist das denn? Wir wurden gescannt und dürfen passieren. Ja. Wir sind scheinbar in irgendeiner mysteriösen Überwachungszentrale. Und hier haben wir wieder eine Kugel. Hier ein Schalter. So, wir haben gerade scheinbar unseren Kollegen hier deaktiviert. So, Tür auf. Kugel durch. So. Ja. Können wir sie nur hier reintun. Mehr gibt's nicht. Okay. Noch eine andere Kugel. Ah, die hier leuchtet heller als die andere. So. Die können wir hier leider nicht sonst verwenden, außer für den hier. Okay. Scheinbar ein Spanner. Ja. Okay. Scheinbar ein Spanner. wir sollen abhauen nehme ich mal an er winkt uns tür ist offen hier gibt es sonst nichts nein nichts obwohl wir uns gerne hier noch eine von diesen kugeln geholt hätten die tür ist wieder zu das bewirkt nichts was haben wir hier denn einfach reinschmeißen grün hey ja 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 ja